Druckvolle Bässe, ausgewogene Mitten und brillante Höhen. Wünscht auch ihr euch ein perfektes Hörerlebnis? Dann seid ihr bei uns in guten Händen. Via Blue stellt seit über 20 Jahren handgefertigte Kabel in Deutschland her. Mein Name ist Anke Patt, ich bin Geschäftsführerin in unserem Familienunternehmen. Hier auf der High-End zeigen wir drei unserer Spitzenkabel, unter anderem dieses, das SC6-Air-Lautsprecherkabel. Der Name Air kommt von unserer Air-Pipe-Technology. Wir verwenden nämlich einzelne Luftschläuche, die ihr hier sehen könnt, zum räumlichen Trennen von den einzelnen Frequenzen. Dadurch erreichen wir eine präzise und detailgetreue Abbildung. Die könnt ihr hören, nämlich hier zusammen mit dem Lautsprecherhersteller Aretei auf der High-End oder bei unseren Händlern auch weltweit in ihren Hörräumen. Gefertigt werden unsere Kabel in Deutschland von meinem Team mit ganz viel Leidenschaft fürs Detail und für die Präzision. Neben diesem einzigartigen Cobra-Design bieten wir zehn verschiedene Designs an. Damit können wir individuell Kabel fertigen, sowohl optisch als auch jede beliebige Länge. Viablu steht für Qualität, Innovation und exklusives Design. Das seit über 20 Jahren. Auf der High-End zeigen wir euch unser neuestes Produkt, die Viablu Cable Lifter. Das ist der Viablu Cable Lifter Rocket XL. Was sind Cable Lifter? Jedes Kabel, das auf dem Boden liegt, hat eine eigene Spannung. Durch das Anheben dieser Kabel verliert sich diese Spannung. Außerdem eignen sich die Cable Lifter einfach perfekt dazu, Kabel vor oder dahinter der Anlage zu organisieren. Hier mit unseren Rockets können gleich mehrere Kabel wunderbar geführt werden. Wir haben diese Cable Lifter in der Viablu Qualität mit einer Oberflächenveredelung in Silber oder in Satin-Matt-Schwarz. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Der kleine Rocket und der Rocket XL. Daneben bieten wir aus unserer Spikes und Absorber Serie, ihr kennt vielleicht unseren Ufo Absorber, den Ufo Dome an. Wer das gleiche Design möchte für seine Anlage, der bekommt auch hier den perfekten Cable Lifter in dem Ufo Dome. Auch in zwei Farben. Die Absorber Serie haben wir uns auch hier unten, am unteren Teil der Cable Lifter, zunutze gemacht. Da findet ihr nämlich den Viablu Softpad, auch eine Technologie von uns entwickelt. Damit ist der Cable Lifter absolut rutschfest, auch auf sehr klarten Böden. Also eine tolle Innovation aus dem Hause Viablu. Kommt und hört es euch an. Schaut bei euren Fachhändlern vorbei auf unserer Webseite. Wir freuen uns. 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 Vielen Dank.